So und da bin ich auch schon wieder und dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los. Was wollten wir denn machen? Also wir wollten den Boden verlegen und Fenster machen, soweit ich mich erinnern kann. Dann würde ich sagen, legen wir erstmal die Spitzhacken hier hin und denen dann gleich mal ein bisschen Holz suchen, äh, Steine suchen. Und dann müssen wir uns sowieso Schaufeln machen, damit wir uns Samt suchen, äh, ja, Samt machen können für die Fenster. So, aber jetzt gehen wir erstmal hier ein bisschen in Bergbau. So und falls ihr hört es bestimmt, dass Musik im Hintergrund läuft, ich habe einfach mal von Skyrim den Soundtrack im Hintergrund laufen. Ähm, ich finde im Moment passt die Musik eigentlich ganz gut. Äh, ich werde vielleicht auch mal irgendwann einen anderen Soundtrack reinmachen, so horrormäßigen oder wie auch immer. Das werden wir dann schon alles sehen. So, dann machen wir erstmal den Aufgang hier ein bisschen schön. So, wie jetzt? Ach, scheiße. Muss ja nicht den Speck nach dem Boden gefunden. So. Oder würde ich sagen, gehen wir mal in die Mine. So. Okay. Hier ist also nichts mehr. Wir haben 19 Kohle. Moment, ich mache mir erstmal ein paar Sticks. Ach, haben wir ja schon gehabt. Okay. Äh, dann. Fackeln. So, 40 Stück müssten reichen. Die setzen wir mal hier eine hin. Und da eine hin. Und hier. Schauen wir uns mal ein bisschen rum in dieser relativ großen Hölle, muss ich jetzt schon sagen. Hm. Hm. Ach, da ist ja noch Kohle. Ach, scheiße, jetzt habe ich Erde weggemacht. So, den Ding nehmen wir auch noch mit. Da ist noch Kohle. So, sonst noch Kohle. Äh, ist das da oben? Ja. Wo ist denn noch hin? Nee, natürlich nicht. Dann nehmen wir mal ein bisschen Dreck hier. So, jetzt gucke ich noch mal. Hier noch. Noch mehr Kohle. Wie ist denn das schon wieder? Ja. Wie ist denn das schon wieder? So, jetzt sitzt die Fackel natürlich wieder genau am falschen Fleck. Äh, so. So, das müsste es jetzt aber mit Kohle gewesen sein, oder? Jep. So, dann machen wir den Erdbatzen hier weg. Und dann schauen wir mal kurz ein bisschen hier unten, das machen wir auch mal weg hier, damit es schöner aussieht. Ähm. Also ich werde jetzt auch noch nicht zu weit in die Höhle reingehen, weil, wenn wir dann später in die Höhle reingehen, möchte ich jetzt schließlich die Monster anschalten. Und drum werde ich mich jetzt einfach hier wieder verpissen, denn wir haben ja jetzt, ja, die Steine reichen niemals. So, wir machen noch ein paar Steinchen. Und dann gehen wir nochmal fröhlich Holz hacken. Und das Eisen hier nehmen wir natürlich auch noch mit. Und dann gehen wir mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020